Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem spontanen Video. Das ist ganz geil. Und zwar hat die Servervorstellung von hier hat German Griefer zu Favoriten hinzugefügt. Und ich bin jetzt da einfach mal... Haha, wie geil. Und hier sind gerade alle German Griefer online. Und ich bin auch dabei. Und ich habe jetzt gleich kreativ bekommen. Und das ist lustig mit dem Server hier. Okay, geht mit Feuertag wahrscheinlich schneller. Oh mein Gott, was ist hier los? Wie schrecklich. Was hier alles passiert ist. Oh nein. Wie schrecklich, der Server wird untergehen. Das ist so geil, wieder ein Let's Keeps zu machen. Echt Leute, das ist so lustig. Wenn Server so den müssen. Ganz an der Scheiße, so witzig. Oh mein Gott. Wo die Schütze. Was ist hier verdammt. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Oh mein Gott. Jawohl. Oh mein Gott. Die müssen so wild dafür gebaut haben. Bitte. Ja. Ja, ich glaube die meisten sind halt von Schermann-Gilzer. Ach du Scheiße. Einfach nur geil, was hier abgeht. Einfach nur geil. Einfach nur geil, was hier gerade passiert ist. Oh, das habe ich gerade wieder durchgekriegt. Also... Wie dir etwas süßes? Oh Gott, Scheiße, ich will... Yeah! TNT! Ja, das war gerade mein Freund, der hat so ein wenig Husten. Aber das ist gerade so geil, was hier gerade passiert. Yeah! Gell! Ah! Gell! Einfach nur geil, was ich jetzt hier gerade passiert. Einfach nur geil! Ah ja, Lava kann ich mir auch... Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, sehen wollt. Daumen nach oben. Und... Und... Ja, schauen wir mal... Nein! Und abonniert! Ja, abonniert! Ja, abonniert nicht! Wäre geil! Ich hasse zwar solche Leute, die sagen... Abonniert mich! Abonniert mich! Abonniert mich! Abonniert mich! Aber es ist gerade so geil! Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal Leute! Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao!